Wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxes. Die Weekend League hat auf jeden Fall das Potential zur schlechtesten zu werden aller Zeiten, also noch weniger als bisher schlechtes, 13 Siege oder so. Und ich habe das Gefühl, das könnte hier dieses Mal passieren, dass es noch schlechter wird, einfach weil ich angeschlagen spiele und da nicht viel Gutes bei rumkommen wird. Der letzte Gegner zum Beispiel, klar, da war ein sehr guter Spieler, der hat ein sehr gutes Team, aber ich denke, wenn ich meine volle Leistung abrufe, wird es halt ein knappes Spiel, was in beide Richtungen ausgehen kann. So ist es halt ein Scheißspiel geworden, wo der Gegner halt 6-1 gewinnt, verdientermaßen, aber eingeleitet wurde halt auch alles durch dieses dumme 1-0 mal wieder. So, jetzt kriegen wir erstmal wieder ein eher schwaches Team, 4-4-2, ich hoffe, dass der auch nicht so gut spielt. Ich kann echt nur auf die Gnade des Ranking-Systems hoffen und hoffen, dass ich halt schwächere Teams jetzt bekomme oder schwächere Gegner. Man war halt schon sehr trippelstark mit Reus und alles, da muss man halt so konzentriert verteidigen und das ist mir halt einfach nicht gelungen. Ich darf mich auch nicht aufregen. Der Gegner hat mit Sicherheit leichter, hat zumindest ein leichteres Team, also so schwer wie der letzte kann er nicht werden. Er scheint auch nicht so stark auf den Außen zu sein, wie der Gegner hat mit Reus. Schade, ich dachte echt, jetzt kommt Cain zu einem Kopfball. Schön gemacht von Coleman. Verliert zu viel den Ball mit dem Stürmer oder ZOM. Das ist definitiv ein Problem. Schon wieder, schon wieder habe ich den Ball verloren mit dem Stürmer oder ZOM, das meine ich. Zu oft passiert das. Er hat dann immerhin seinen Flanken. Mein Cavali sich ja Kopfball schwächster, aber auch nicht der stärkste. Fallmar ist, glaube ich, nicht sehr groß. Fallmar ist, glaube ich. Ich habe gerade so ein schlechtes Aufbauspiel, das ist der Wahnsinn. Das ist das Einzige, wenn ich mal irgendwie durchkomme und da ist es vorbei, dann wird er gefahren. Hier, da wird der Pass verkackt. Warum auch? Also, warum soll er ankommen, der Pass? Ich meine, war ja nur ein Kurzpass. Klar, aus dem Laub. Es war kein straffer Pass, war einfach nur ein Kurzpass. Dann wird er halt dann verkackt. So eine gute Situation, da muss halt so viel mehr gehen über außen. Vor allem, wenn du so frei kommst, aber das ist halt einfach nicht. Und dann wird er ein Kurzschluss. Vielen Dank. Schade. Ach, die Situation ärgert mich so sehr schon wieder mit Arnaudovic da über außen. Das war halt einfach, glaube ich, 2 gegen 3 oder so. Nicht mal ein Schuss kam raus. Auch wieder geil, auch wieder geil, dass ich in der Situation den Ball verliere. Sinnlos. Ich darf mich nicht drüber aufregen, aber ich bin einfach gerade so schlecht. Und ich weiß halt, dass ich es besser kann, aber es geht einfach gerade nicht. Schöner Pass, aber zu lang. Schade. Ah, war schon ein Meter. Ein Meter oder so war das schon. Weiß ich nicht, warum man sich das zu Ende anguckt. Also ich habe das weggedrückt. Ich freue mich, dass ich das Tor geschossen habe. Vielleicht muss ich mich ein bisschen pushen. Aber es ist, ich ärgere mich trotzdem über meinen Spielen. Aber schönes Tor mit Gué, schön rausgespielt. Gegner macht auch Fehler, aber wie gesagt, Gegner macht halt Fehler. Ich bestraf es jetzt im Großteil nicht. Ich bin ein bisschen zu Ende. wieder eine situation aus der ich nicht rauskomme mit der ich nicht zufrieden sein kann schlechte schusstäuschung hat mir gar nichts gebracht das darf auch nicht passieren ah klick gehabt dass das schlecht vorgelegt war er läuft halt da läuft ja gut ok das tut noch mal was ist denn das für eine komische aufstellung warum sind denn alle leute bei ihm hinten und bei mir waren alle was war denn das gerade habt ihr das gesehen was war denn das die standen alle im mittelfeld und meine standen alle halt da wo die eigentlich stehen sollten wenn der gegner kopfball versucht ganz komisch schade hätte ich eher machen müssen den pass schade 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 spiel schade schade wieder sinnlos den ball verloren wieder sinnlos den ball verloren die ganze verlängerung ich drücke die weg also ich versuche zumindest geht es gerade nicht oder der gegner lässt die laufen ich weiß es nicht hat der gegner lässt die laufen um Nehmen wir die Ecke in dem Spiel, macht er jetzt mit Kane das 2-0 über den Kopfball und macht dann den Deckel drauf, wäre schön. Krass mitgehen an den Ball? Weiß nicht warum été mein Spieler da halt nicht hingehen, denn den hätte ich dann halt natürlich eher gehabt. Oh, ich glaube, ich mache da nicht noch nichts. Nicht noch ein zweites Spiel in der Aufnahme, weil ich fühle mich einfach scheiße gerade. Ich werde dann einfach noch eine Pause machen und später weiterspielen. Schöner Pass. Komm, wir wechseln Arnaulovic aus, bevor er vielleicht noch mit Gelb-Rot runterfliegt. Okay. Vielen Dank. Das dauert wieder zu lang. Geil, gedribbelt. Das ist ein schöner Schuss, aber zu unplatziert. Geil, gedribbelt. Ich bin froh, dass das zweite Tor machen. Ich meine, war ja im Endeffekt auch gut rausgespielt, auch wenn ich wieder nicht zufrieden bin. Ich weiß nicht, dass Cain ihn erst annimmt, aber in dem Fall macht es nichts. Ich werde jetzt nicht noch ein Spiel machen in der Aufnahme, weil dafür fühle ich mich gerade zu matschig im Kopf. Ich muss noch eine Pause machen. Ich gehe eine Runde spazieren oder irgendeinen Scheiß, um den Kopf frei zu bekommen. Ich fühle mich halt auch richtig erschöpft. Das liegt halt einfach daran, dass ich so schlecht geschlafen habe. Ich fühle mich halt auch richtig erschöpft. Das ist halt einfach richtig scheiße. Ich weiß nicht, wer versucht, wenn man versucht hat konzentriert FIFA zu spielen oder irgendetwas anderes konzentriert zu machen, wenn man an Schöpft ist. Das ist so ein Scheißgefühl. Das ist so ein Scheißgefühl. Das sind halt einfach nicht. Ja, da kann ich auch nochmal rüberlegen mit Firmino. Aber ich war dann einfach zu schlapp, irgendwas zu machen. Hätte ich auch einfach rüberlegen können auf Firminio, aber auf Kane oder so. Aber ich habe dann halt selber geschossen. War auch nicht angeschnitten oder so. Also war einfach ein komplett dummer, normaler Schuss, der dann halt schwer reingeht in so einer Situation. Ich habe euch wieder nicht gut verteidigt, aber ich merke es richtig, dass meine Kräfte mich verlassen. Egal, natürlich vernehmen wir das jetzt nicht mehr. Oder wir geben den Gegner noch mal eine Chance auszugleichen, das wäre heftig. Und dann können wir das jetzt nicht mehr. Das krasse ist aber, ich ziehe, also der erste kommt ja der Pass auf Kane und dann kommt der Pass auf Firminio. Und ich ziehe bei dem Pass auf Kane, also ich mit Ripperie pass, ziehe ich einen mega krassen straffen Pass auf. Der Pass jetzt, den ziehe ich mega straff auf, weil ich wollte direkt auf Firminio spielen, da Firminio halt komplett frei war. Und obwohl ich mega krass aufziehe, diesen straffen Pass, wo ich gewusst habe oder gedacht habe, okay, wenn du jetzt sehr straff aufziehst, dann wird er mit Sicherheit den komplett rüberlegen auf Firminio. Obwohl ich das mache, passt er eben nur zu Kane. Nein, verstehe ich nicht. Ich meine, das kann ich euch jetzt noch nicht beweisen oder zeigen. Ihr könnt höchstens noch mal in der Timeline zurückgehen und gucken, wie sehr ich aufgezogen habe. Aber ich ziehe halt mega auf. Und naja, trotzdem drei Tore, schön, Vorlagen. Einmal Kane, Firminio und Müller, aber Kane und Firminio machen beide einen Doppelpack. Äh, machen beide zwei Scorer-Punkte und das, obwohl ich richtig scheiße gerade bin. Fuck. Oh, Mist, Mist, Mist. Oh, mir tut auch meine Schulter, mein Nacken und mein... ...Halsweh, egal. Ja, ich werde jetzt, wie gesagt, nicht noch eine Folge hinten ranhängen, weil es... würde sich nicht, das würde sich springen. Ich werde jetzt irgendwas anderes machen, einkaufen gehen, spazieren gehen, irgendwas. Und ich glaube, ich werde nochmal einkaufen gehen. Es ist wie spazieren. Und dann was essen oder so. Und dann hoffe ich, dass sich vielleicht ein bisschen meine Kräfte sich gesammelt haben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Pax, das ist Tschetsche.